ok damit haben wir die nächste aufgabe da darf nur personal rein und du bist kein ursache ich gehe wieder hintereingang zum steuerrad da wollte ich nicht rein hintereingang oder kann ich da rein ich schleiche vielleicht moment nein also reinschleichen geht nicht moment ich will da eh nicht rein hast du gehört ok dann muss ich jetzt von hier direkt außenrum wieder mal crema und da sind noch zwei zum ansprechen und ansonsten geht es dann hier halt aus dem hammerberg raus also ich nehme an hier oben geht es ich nehme an hier oben geht es raus super der junge den kennen wir denke ich mal grabstein doch ein grabstein also ne hier ist nur der boron zucker das piraten sowas hier haben naja boron zucker ok taverne die wollen wir ja rein das sieht klingt schon mal passend ok den kapitän die wirtin und captain haken sagen und wo finden wir noch mal den könig ist okay ich suche ich suche Oh, gerade um mir den Tavernenkönig ist der hier. Ach, was wollt ihr denn von dem? Er hat schon einen Begiertasch, die soll ich eintreiben. Da werdet ihr kaum Glück haben, es sei denn, ihr droht ihm mit einer saftigen Abreibung. Verdient hat er es ja. Obwohl, es gäbe da eine feinere Methode. Für einen Dukaten verrate ich sie euch. Ja, hier den Dukaten, nun lass mal hören, ich will lieber die feinere Methode. Droht ihm, dass ihr der Wirt entsteckt, dass er sich öfter durch die Hintertür der Taverne reinschleicht, um in den Weinkeller zu gelangen. Dann frisst er euch aus der Hand. Das war die Dukate definitiv wert. Wirt in Hintertür der Taverne, ich hab verstanden. Sag mir bitte nur, Vorsicht auf. Sein Stammplatz ist eigentlich an der Theke, aber da ist er gerade nicht. Ich habe nun zu tun, entschuldigt mich. Okay. Ah, Harkensang, hallo. Ich suche jemanden, muss daher zu Donnerfaust. Kann ich mit eurer Stimme rechnen? Ihr habt mir zu dem Elfenbausch verholfen. Selbstverständlich helfe ich euch. Allerdings fürchte ich, dass meine Stimme hier bald nicht mehr viel zählt. Ja, das haben wir schon mitgekriegt. Du bedrückst deine Leute. Warum das? Ihr seid doch Kapitän und im Rat. Ich benötige dringend Handhabe gegen die Person, die meine Führungsqualitäten in Misskredit bringt. Andernfalls wird sich die Mannschaft weigern, mein Schiff in den sicheren Hafen zu steuern. Ah, Wackernagel nehme ich an. Lass mich raten, euer U-Permatt. Er entschuldigt mich offen der persönlichen Bereicherung. Nachdem ich den Auftraggeber der letzten Mission aufgesucht hatte, war der Teil des Gewinns, der meiner Mannschaft gehören sollte, verschwunden. Und irgendwie traue ich dem Hans Wurst hier auch nicht zu, dass er das beiseite geschafft hat. Und das passt ihm gut. Glaubt ihr, er ist der Dieb? Urteilt selbst. Gleich dort drüben steht er und frönt den geistigen Getränken. Seine Gegenwart ist reiner Hohn, denn während er mir zuprostet, propagiert er seine Lügen. Ah ja, falsche Schlange. Vielleicht sollte ich mir diese Lügen einmal anhören und mit ihm mit einem Umtruck nachhelfen. Ich vertraue auf eure Diskretion. Seid versichert, dass ihr in einem Trinkgelage mit ihm unterliegen würdet. Es sei denn, ihr spendiert ihm etwas Stärkeres. Prima Feuer. Okay, ein guter Hinweis. Ich werde mir den Kerl vorknöpfen. Nicht unterliegen, das werden wir sehen. Ja, stimmt, ich bin ein Zwerg. Ich danke euch. Erneut. Eine hilfsbereite Einstellung wie die eure soll nicht unbelohnt. Gut. Ich habe mich auch schon gefragt, ob das überhaupt alles stimmt. Diese Geschichte mit Filipe. Kasselin, Käpt'n, Martwakernagel. Äh. Okay. Du bist wohl der Koch, hä? Äh, es geht um eine Dienstleistung. Wenn du Karten ziehe ich jeden Zahn und nähe jede Wunde zu. Ich verkaufe auch das eine oder andere. Äh, ich habe eine Frage. Dann mal los. Nein, habe ich eigentlich nicht. Okay, mit dem will ich nicht unbedingt reden. Äh. Wackernagel, wo ist die Tavernenbesitzerin? Äh, steht in der hinteren Ecke. Da unten habt ihr nichts zu suchen. Hier oben spielt die Musik. Und, ups, ich dachte, unten wäre der, der Abort. Ihr seid drollig. Wir sind hier keine Schlossherberge. Rausse die Natur, wenn euch diese ruft. Und zwar durch den Vorder... Natürlich, Fevin. Ich habe verstanden. Das will ich schwer hoffen. Fischgräte. Ja, Fevin. Sicher. Äh, dir da. Du kommst mit deinem Spitzohr zu mir? Du kannst gleich wieder gehen. Äh. Äh. Ich habe doch noch gar nicht gesagt, was ich will. Nun hast du gesagt, dass du was willst. Meine Ahnung. Wirklich? Führst du wieder den Elfenbastard aus? Hast du sie gezähmt oder beißt sie noch wie uns? Dich beißt gleich ein Pfeil, wenn du deine Zunge nicht hütest. Super. Du scheinst Elfen nicht zu mögen. Ich verstehe. Du verstehst? Was verstehst du denn? Wer nicht weiß, wovon er spricht, sollte besser schweigen. Ähm. Müsst du wissen, was hält die mit anderen Männern? Was macht sie denn mit anderen Männern? Äh. Sie hat ein Verhältnis mit dem Witwenfreund. Hat sie das? Ich bin schockiert. Wenn du glaubst, dass in diesem Dorf etwas ohne meine Kenntnis geschieht, dann irrst du dich. Super. Also mit dem kann ich schon mal nicht reden, ohne Feiris zurückzulassen. Gut. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Bitte beeilt euch. Gerne. Bestellung. Äh, nein. Gut. Äh. Ach, da hinten steht die Wirtin. Ja. Sie sieht aus wie eine Zigeunerin, aber gut. Ich suche Radomir, den Tavernenkönig. Ist er hier? Radomir? Der versoffene Hund ist bestimmt bald da. Bis dahin kannst du mir ein wenig Gesellschaft leisten. Ah, toll. Dein Name klingt so istotisch. Wo kommst du eigentlich her? Ich bin eine waschechte Zahori. Meine Leute sind fahrendes Volk mit Feuer im Blut. Deshalb bin ich, als ich jung war, auch kreuz und quer durch das Land gezogen. Nirgends hielt es mich länger als einen Mond. Und viele Abenteuer habe ich erlebt. Manchmal habe ich als Marketenderin gearbeitet. Und manchmal habe ich gesungen und getanzt. Ah ja, also wirklich eine Zigeunerin. Dann traf ich Rumpo und bin ihm hierher gefolgt. Da der alte Wirt gerade verstorben war, habe ich die Wirtschaft übernommen. Und jetzt spielt hier die Musik, wie ich es mag. Mhm. Ja, toll. Du bist doch im Kapitänsrat, oder? Du brauchst meine Stimme, nehme ich mal stark an. Bekommst du noch. Aber erst will ich sehen, ob du nicht zu fein für eine kleine Aufgabe bist. Leute, die nicht anpacken können, kann ich nämlich nicht ausstehen. Ich kann anpacken. Geh zur Schnapsbrennerei außerhalb des Dorfes und frag den faulen Hund dort, wo der Nachschub bleibt. Mach ihn bein und bring den Schnaps gleich mit. Wenn du das gemacht hast, gibst meine Stimme. Gut. Das klingt ja einfach. Zitterhack. Was hast du eigentlich dein Mieter? Bald versprochen. Okay. Da ist Radu mir auch schon. Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher. Jetzt, wo Anwalt von Hasingen die Zollfeste kommandiert. Okay. Haken sang. Gibt uns gleich. Den müssen wir noch zur Kasse bitten. Schnaps für die Stimme brauchen wir noch. Bitte den König zur Kasse. Der kommt gerade. Okay. Das ist die Frage, wie kommen wir zum Teufel nochmal in die Trinke mit dem Opa-Mat. Ah ja. Ich muss irgendwie die... Wenn ich nicht hineinkommen kann, kann ich mir rum vielleicht einen Tipp geben. Aber ich versuche es jetzt besser alleine. Okay. Okay, die Rede geht dauernd nur hin und her, aber jetzt bist du ansprechbar. Wer stört? Der Tavernenkönig will was trinken. Giertasche möchte sein Geld wieder haben. Giertasche? Weil warten ist nicht der einzige, dem ich was schulde. Und jetzt lass mich was schlucken. Ja, ja. Zahl erst mal, bevor du alles versuchst. Denk dir nicht dran. Und nur lass mich in Ruhe. Oh, das sagt er. Na, dann habe ich ja Glück gehabt, dass du so friedlich bist. Okay, so hätte das auch gehen können. Schön, dass wir es verstehen. Hier ist das Geld. Lass mich in Ruhe trinken. Das werde ich tun. Okay, ich denke mal, dass wir von außerhalb... Was macht der Waffenständer hier? Na, wie auch immer. Stehen wollen wir nichts. Vor allem nicht vom Piraten. Jetzt wollen wir erstmal Giertasche sein Geld bringen und wenigstens die Quest abschließen. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir an dem anderen da vorbeikommen. Und dann müssen wir Feierriss mal kurz alleine lassen. Also auf dem Schiff zurücklassen. Also jetzt erst einmal die Schnapsspinnerei ist in der Richtung. Das Gebiet ist allgemein recht groß, um wieder viel zu erkunden. Aber gut, wir haben Giertasche. Wir haben Giertasche sein Gold zusammen. Hier. Ja, ja, da kommt mein Laufbursche. Ja, hier auch 31, du Karten wie bestellt. Habt ihr alle Schulden für ein Kinderspiel? Ja, ja. Für ein Kinderspiel bekommt ihr meine Stimme nicht. Das war euch doch wohl klar, ja? Hehehe. Ähm, ja. Wie wollt ihr meine Situation zu weit aussehen? Ich wurde informiert, dass es in meiner Binge spukt und die Arbeit ins Stocken gerät. Sorge dafür, dass meine Zwerge weitergraben, ja? Okay. Äh, was genau spukt denn in der Binge? Wenn ich das wüsste, bräuchte ich wohl kaum jemanden hinschicken. Euch muss man wirklich alles haarklein vorbieten. Was jetzt? Zeit ist Gold. Wie oft muss ich das noch sagen? Ich mag den Typen nicht. Wo ist die Binge? Über die Brücke und dann nach rechts. Das ist da, wo der Daumen links ist. Für den Fall, dass ihr euch das nicht merken könnt, mache ich euch noch ein Kreuz auf der Karte. So. Hehehe. Äh, danke. Na schön. Hey, jetzt habe ich Platz vergessen. Was war ich denn? Die Binge ist da oben. Im Norden. Okay, und die verwunschene, der verwunschene Höhleneingang ist dort. Und ansonsten ist ja auch alles möglich hier noch. Also wir haben noch viel zu tun, würde ich sagen. Aber damit machen wir in der nächsten Folge weiter, weil ich speichere jetzt erstmal wieder. LP 35. Und dann gibt es jetzt wieder einen kleinen Cut. Bis gleich.